Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Der Junge soll in einer Spezialklinik behandelt worden sein. Und so fing alles an. Hey, was ist los? Noch nie im Leben Roboter gesehen? Seht euch den Sprinter da an. Betrachte es wie eine Partnerschaft. Du brauchst ein Gehirn und ich brauche Beine. Und der Zauberer von Oz wohnt leider nicht in South Cincinnati. Kevin lebt in dieser Welt voller Bücher und Ideen. Aber ich versichere Ihnen, er würde alles für die Chance tun, normal zu sein. Max Cain bietet ihm diese Chance. Mein Vater war ein Zauberer. Er hörte das Wort Geburtsfehler und schon verschwand er. Ich weiß also nicht mal, wer mein Vater ist. Ich weiß nur, dass ich nicht so wie er bin. Und du bist auch nicht so wie deiner. Sie sind zwei Ritter, die sich auf einen Kreuzzug begeben, um Ritterlichkeit wieder zu einer Tugend zu machen. Es geht heute, Jungfrauen zu erretten und Drachen zu erschlagen. Um Unrecht zu bekämpfen. Und um zu beweisen, dass Mut keine Frage der Größe ist. Gehirn und Gehirn und Gehirn und Gehirn. Und was serviert uns die heutige Niver zum Nachtisch? Schokoladen-Pudding, falls Nalin hinterher den Abwasch erledigt. Das ist doch keine Arbeit für Ritter. The Mighty. Gemeinsam sind sie stark.